What's up friends, welcome back to the second channel. Heute schauen wir Orange vs. Tanzverbot, das ausgelutschteste Thema seit der Erfindung des Auslutschens. Egal, Klängern hat ein neues Video hochgeladen vor 21 Stunden, deswegen gestatte ich es mir da reinzuschauen und einfach mal so ein bisschen meinen Self abzugeben, ähnlich wie eine Spendemaschine bei Subway. Let's go. Heute geht es um Kokainanschuldigungen, eine Masche mit der man richtig reich werden könnte und YouTuber Beef. Heute geht es um Tanzverbot gegen Orange im Orange. Und damit moin Leute, herzlich willkommen. Siehst, er sagt Orange im Orange, ich sag Orange im Orange. Orange im Orange. Klingt besser, inhaltlich natürlich genauso. Genauso. Ja komm, sei mal nicht beleidigend am Anfang. Komm jetzt zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, der Beef zwischen Tanzverbot und Orange im Orange geht in die nächste Runde. Eigentlich halte ich mich ja da weitestgehend raus, wenn sich zwei Internetleute wie kleine Kinder benehmen. Das können dann andere besprechen. Aber dieses Mal wurde eine Grenze überschritten und ich glaube, da müssen wir mal drüber reden. Tanzverbot gegen Orange im Orange. Wir erinnern uns noch, wie es damals angefangen hat. Orange im Orange hatte nämlich verkündet, dass er jetzt auch Casino-Streams machen wird. Dafür, um das zu machen, ist er extra eine Patenschaft mit einem Online-Casino eingegangen. Weil die halt ziemlich, ziemlich viel Geld zahlen und er gesagt hat, ja, lass ich mich halt kaufen, ne. Ist okay. Leute in die Spielsucht treiben, was soll's. Tanzverbot hatte das Ganze damals kritisiert und gesagt, wie scheiße er die Aktion findet. Immer wieder dieselben dummen Argumente. Ey, seid mal ehrlich, eins in den Chat, wer es von euch machen würde. Mann, hört doch mal auf, Leute zu fragen, die alle normal arbeiten gehen. Und die überhaupt nicht dieses Geldverständnis haben, wie wir es haben, weil wir gut Geld verdienen. Vor allen Dingen, wichtiger Punkt, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr seid ja alle Geringverdiener, ne, und wir sind reich. Spaß fest. Das war ein Real Talk. Also, das geht ja nicht mal ums Geld. Also, natürlich geht es auch ums Geld, also bei der Überlegung. Aber es geht in erster Linie darum, so, du hast ja auch keine Zuschauerschaft. Du hast ja auch keine Leute, die, oder du hast nicht diese gleiche Perspektive, wie es jetzt in Orange hat. Ich hab das auch nicht, logischerweise, weil ich bin halt YouTuber. Ich bin, also klar, ich bin halt auch auf Twitch aktiv und so, aber ich hab halt, ich weiß nicht, wie viele Leute gerade zuschauen. Wahrscheinlich ein bisschen über 100 oder so, weil es gerade 13 Uhr ist oder 200, ne. Aber 180, ne, bitte, gut geschätzt. Aber wenn du jetzt wirklich tausende Leute seit Ewigkeiten so mit dir mitnimmst. So, ich hab auch eine Anfrage bekommen für, äh, für eine YouTube-Integration, glaube ich halt, für ein Casino, ne. Das würde ich halt niemals im Leben annehmen. Es ist halt komplett egal, wie viele die mir halt zahlen. Ähm, aber trotzdem, der Punkt ist halt so, yo, wenn du sowieso schon, ich weiß nicht, wie viel in Orange vorher verdient hat. Ich sag jetzt einfach mal netto 10, 20, 30.000, keine Ahnung, im Monat. Dann ist es halt auch echt nicht wichtig, dass du halt sowas annimmst, ne. Geht es dabei immer wieder um Verantwortung. Wenn du das Ganze so lange, so... Wenn du 1000 Euro oder 500 Euro Lehrlingsgehalt bekommst und dir dann denkst, yo, ich könnte, äh, 30, 40, 50, 60.000 Euro netto im Monat machen. Natürlich sagst du dann so, hä, natürlich, klar nehm ich das an. Aber wenn du dich dann in diese Position bewegst und dich da hocharbeitest und dann wirklich dieses Leben lebst, das dann wegzuwerfen. Also schaut euch mal die Kommentare an, die Orange kriegt. Schaut euch die mal an. Das ist einfach nur alles, was er postet, ist einfach nur negativ. So vehement an vor allen Dingen viele jüngere Zuschauer bewirbst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendwer von denen ebenfalls anfängt und spielsüchtig wird. Du bist also direkt verantwortlich dafür, jemand anderen in die Sucht zu treiben. Denn als Streamer, der dafür Werbung macht, bist du ja schon so ein bisschen verantwortlich dafür, dass sich Leute neu bei diesen Casinos anmelden. Ich meine, genau dafür zahlen diese Casinos ja ihr Geld. Aber Orange um Orange, oder sollte ich lieber Kevin sagen, war das Ganze irgendwie egal. Wenn Leute süchtig werden... Schlimmter ist ja auch noch Kevin. Es wird immer schlimmer. Spaß beiseite. Pech gehabt. Schaut euch an alle Kevins. 100k und andere haben ihr letztes Geld verloren. Ja, Glück gelaufen, ne? Obwohl ich immer wieder gesagt habe, nicht anfangen zu spielen. Das Ganze schaukelte sich dann zwischen den beiden immer... Das ist so eine... Das ist halt das, was er immer sagt, ne? Hä? Ich mache Währung dafür, aber ich sage, ja, fangts nicht an zu spielen. Achso! Na dann ist ja... Dann müssen wir ja davon ausgehen, dass sich da keiner anmeldet. Ich verstehe halt den Punkt nicht, weil das ist so... Jo, Freunde, meldet euch... Oder was heißt, meldet euch an? Freunde, wir zocken hier Casino, dies, das... Aber macht das nicht, gell? Aber wir zocken Casino. Und schauen, wie viel ich da gewinnen kann und bla bla bla. Und die Highlights werden dann auf YouTube verbreitet, ne? Orange gewinnt 100.000 Euro auf einmal und freut sich einen Haxen aus, ne? Und in Wahrheit ist es halt eh wahrscheinlich nicht mal sein eigenes Geld. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, wie die Deals funktionieren, aber... Es wird halt keinen Sinn ergeben, dass er mit seinem eigenen Geld Stunden... Also Stunden über Stunden in diesem Casino spielt, weil er wird es ja im Endeffekt nur verlieren. Äh, sondern dass es halt irgendwo... Spielgeld ist oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, das ist nur eine Vermutung. Das ist keine Behauptung. Schauen wir mal weiter. Weiter hoch, es wurde hin und her gebieft. Bis sich die beiden in Köln auf der Gamescom persönlich getroffen haben, lief dann nicht ganz so gut. Es wurde handgreiflich, ein Becher ist geflogen, es gab eine große Rangelei und ziemlich viel Stress. Das alles sehr, sehr unwürdig für die Gamescom. Aber jetzt geht die ganze Sache immer noch weiter. Komisch, dass sich die beiden irgendwie nicht verstehen. Und ich würde sagen, das Ganze hat jetzt einen neuen Tiefpunkt in dieser ganzen Sache erreicht. Das Ganze hat folgendermaßen angefangen. Kevin streamt mittlerweile nicht nur auf Twitch, sondern vor allen Dingen auch auf kick.com. Das ist eine neue, heiße Streaming-Plattform. Sieht eigentlich... Ja, das ist übrigens das Video, was heute kommt in einer Stunde und zehn Minuten. Genauso auf... Also halt über kick, so an sich. Wie Twitch. Also wirklich eins zu eins genauso. Aber mit manchen Regeln nimmt man es da einfach nicht so ganz genau. Zum Beispiel Glücksspiel ist da ein großes Thema. Und deshalb lockt das vor allen Dingen auch Streamer an, die eben Glücksspiel-Content machen. Wenn man sich mal so die einzelnen Kategorien auf dieser Plattform anguckt, dann haben viele sehr bekannte, beliebte Spiele wie Apex oder Valorant insgesamt so 300 bis 400 Zuschauer. Und Casino 5.500. Aber überleg dir das mal. 5.500. Okay, das ist jetzt noch wenig. Jetzt gerade werden es so wahrscheinlich, ich weiß nicht, so 15.000 oder so sein. Da hat er einen echt guten Moment erwischt. 5.000, äh, 5.000 oder Zuschauer, nicht bei einem Streamer oder so, sondern in der ganzen Kategorie Slots. Und die ganze Kategorie Slots, Slots hat mehr als doppelt so viele Zuschauer wie die zweitgrößte Kategorie. Du musst dir mal vorstellen, die beiden zusammen, äh, äh, rechnen 6.000, 8.000 plus, ja, okay. Die, 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 wahrscheinlich so die Top 5 Kategorien haben vielleicht ein bisschen über 10.000 Zuschauer. Und alles andere sind eh nur so Schmutzdinger und sowas. Und wenn du auf Twitch gehst, dann hat die zwanziggrößte Kategorie hat mehr Zuschauer. Und auch Orang. Gut, die gibt es erst seit 3, 4 Monaten oder so. Also halt so, äh, wurde da viel rein investiert und so weiter und so fort. Aber trotzdem, das ist halt, Bruder, wenn du halt als fetter Streamer wie Orange oder, ähm, Skurros oder halt Batzi da rüber gehst. Und die ganze Plattform hat einfach so ein paar tausend Zuschauer. So, das ist halt, äh, also, ja, naja. Orang, Orang, Skurros und wie sie alle heißen, streamen da jetzt ihren Glücksspiel-Content. Weil, so ein dicker Deal mit einem großen Online-Casino bringt halt immer noch richtig viel Geld ein. Nur eben halt nicht mehr auf Twitch mit diesen ganzen Regeln und Leuten, die da genau hingucken, sondern eben auf Kik. Ja, was ein Kackname. Und Tanzverbot hat dazu geschrieben, Kik arbeitet doch mit Viewbots. Wahrscheinlich haben alle Casino-Streamer, die switchen, die gleichen Zuschauerzahlen wie auf der größten Livestream-Plattform der Welt. Und auf Twitter wurde auch dieses Bild von aktuellen Live-Zuschauerzahlen von Orange im Orange geteilt. Und ich verstehe, dass man dabei ein bisschen skeptisch wird. Eine Plattform, die komplett neu ist, wo beliebte Spiele eigentlich nur so 300 bis 400 Zuschauer haben. Und manche Streams machen da 2.000 bis 5.000 Zuschauer. Genauso viel wie auf der Riesen-Plattform Twitch. Wir wollen hier natürlich nichts unterstellen. Zum Thema unterstellen kommen wir gleich noch, da wird's ganz ekelhaft. Und es kann natürlich sein, dass große Streamer erst auf Twitch eine halbe Stunde spielen, ihre Zuschauer da mitnehmen, dann auf Kik wechseln und die ganzen Zuschauer natürlich mit wechseln. Aber... Funktioniert null. Also, natürlich funktioniert es so ein bisschen und sowas. Ich poste ja zum Beispiel auch auf Instagram, wenn ich live bin. Ich habe auf Instagram... Das kann man so nicht vergleichen, weil das was anderes ist als eine Streaming-Plattform, aber trotzdem nur so perspektiventechnisch. Es schauen jetzt 180 Leute zu. Oder 228 Leute zu. Danke dir, Mario, für die 100 Bits. Auf Instagram habe ich 6.000 Follower oder 5.000 Follower. Obwohl ich auf YouTube 145.000 Follower habe. Also irgendwie so, das ist immer, wird immer und immer und immer kleiner so die Zahl. Aber ist ja kein Problem. So, du musst halt einfach wissen. Oder auf meinem Zweitkanal. Da mache ich auch Videos. Da mache ich mehr Videos als auf dem Hauptkanal. Da habe ich 18.000 Abonnenten oder so. Was eh voll gut ist. Was eh voll gut ist. Aber es ist halt einfach so, du kannst nicht deine Community als Ganzes nehmen und woanders verfrachten. Egal, ob andere Plattformen, anderes Medium, anderes, was weiß ich. Das geht einfach nicht. Tanzverbot vermutet hier eine Methode, die so... Glaube ich. Das ist eine Vermutung von mir. ...dreist sein könnte, aber funktionieren kann. Man geht zu einem großen Online-Casino und sagt, ey, ich bin Streamer. Ich kriege so 2.000 bis 4.000 Zuschauer live auf meinen Stream. Wollt ihr nicht mit mir einen Deal eingehen? Die nehmen dann so einen großen Batzen Geld und bewerfen nicht so damit. Also wirklich viel. Also wir reden so über eine halbe Million teilweise. Und dann wechselt man eben von Twitch auf Kick, weil man da halt nicht so einen lästigen Ärger wegen dem ganzen Glücksspiel hat. Und dann nimmt man dieses verdiente Geld und kauft sich damit einfach die benötigten Live-Zuschauer für diese Plattform, damit man aus der ganzen Sache mit richtig dick Plus rausgeht. Und ich sag mal so, ne? Klingt zumindest nach einer lukrativen Masche. Ob es jetzt da draußen jemanden gibt, der das so macht, kann ich mir zumindest vorstellen. Würdest du eher für Casino oder für Purnos Werbung machen? Wieso soll ich denn für Purnos Werbung machen? Aber das Zweite. Wenn ich da irgendwie eine gewisse Seite anschreibe, dann überlege ich es mir. Was soll ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Schauen wir weiter. Weil potenzieller Gewinn von mehreren hunderttausend Euros... Achso, ja genau. Die Casinos, die sehen ja trotzdem dann, wie viele Leute sich jeden Monat anmelden oder wie viel die Leute jeden Monat dann da reinstecken und sowas. Das macht jetzt nicht wirklich einen Unterschied, ob du... Also schon, aber es macht jetzt nicht den ausschlaggebenden Unterschied, wie viele Zuschauer du an sich hast, sondern wie viel Umsatz du halt generierst. Und wenn die dann sehen, seitdem du auf Kick bist, machst du ein Fünftel vom Umsatz, hast du aber die gleichen Zuschauerzahlen, dann werden die dich halt trotzdem nicht genauso gut bezahlen, wenn sie dir halt nochmal einen Deal anbieten, sondern halt nur ein Fünftel davon geben. Da kann man schon mal auf so eine Idee kommen. Das ist eine absolute Fehlinformation, lieber Klängern. Wenn das rauskommt, dass sowas in so einem großen Stil betrieben werden würde, ich glaube, dann wäre einiges los. Aber ich frage jetzt auch mal in die Runde, was hindert einen denn daran? Die Möglichkeiten, sich solche Zuschauer zu kaufen einfach, gibt es im Internet sehr zahlreich. Und ey, das scheint gar nicht mal so teuer zu sein. Ey, wirklich überall wirst du beschissen. Ey, und ey, das scheint gar nicht mal so teuer zu... 300 Live-Vios, einen Tag, 45 Euro. Wenn die jeden Tag live sind, ja, es ist halt trotzdem... Ja, das rentiert sich dann schon so 1.500 Euro, nicht mal. ...zu sein. Ey, wirklich überall wirst du beschissen, ne? Und das bringt uns jetzt zurück zu unserem Beef, denn offensichtlich das hat Tanzverbot Orange Morange und noch anderen Leuten unterstellt. Kevin fand das Ganze natürlich überhaupt nicht lustig. Und von seiner Seite aus kam jetzt eine Aktion, die so unfassbar weird war, wenn man den anderen überhaupt nicht leiden kann, aber jetzt nicht die moralische Hoheit in so einer Diskussion hat. Was macht man dann? Ja, dann probiert man einfach, dem anderen möglichst viel zu schaden und ihn anderweitig fertig zu machen. Indem man zum Beispiel irgendwas Schlechtes über den anderen behauptet. Ja, einfach so ein paar Gerüchte, um den anderen wie so ein Arschloch dastehen zu lassen. Im Stream von Tanzverbot ist nämlich jetzt das hier passiert. Orange Morange spendet 100 Euro. Hey, Tanzverbot, wann machst du und Lola mal einen Haartest? Ihr beide nehmt euch doch mal gerne. Ein Näschen hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Vorneweg erstmal sehr, sehr eklige Aktion, Kilians Freundin damit reinzuziehen. Eine Unbeteiligte, die mit diesem Konflikt zwischen den beiden überhaupt nichts zu tun hat. Klar steht sie jetzt auch als Person irgendwie in der Öffentlichkeit, aber warum muss man sie jetzt damit reinziehen und versuchen ebenfalls fertig zu machen? Sie hat ja mit dem Stress... Das ist nur, also es hat eh irgendwer, wo habe ich das letztens gehört halt, hat eh irgendwer gemeint, Tanzverbot trinkt nicht mal Alkohol. Als ob er sich jetzt, weißt du was ich meine? Als ob er das jetzt durchzieht, glaube ich eher weniger. Äh, und es ist komplett egal, Trolle eben. Ja, es ist komplett egal, selbst wenn das, ähm, selbst wenn das... Ach, KuchenTV hat das gesagt, okay. Ähm, na, selbst wenn das komplett abseits von... Selbst wenn er jetzt beweisen könnte, yo, er macht jetzt diesen Haartest und der kommt negativ zurück und so, gibt es immer noch Leute, die sich dann denken, yo, aber vielleicht ist da ja was dran. Du musst es einfach nur halt so verdächtigen oder so rüberkommen lassen, wie er das halt gemacht hat. Das macht er ja absichtlich, damit die Leute sich dann denken, ah, okay, naja, wer weiß. ...zwischen den beiden überhaupt nichts zu tun. Sehr weird. Und Kina sagt auch die ganze Zeit das hier dazu. Merkst du eigentlich, in was für einer Position du bist? Es gibt keine Freundin, die mehr Angriffsfläche hat als deine. Ich schütze sie, indem ich sage, dass wir ein Problem miteinander haben. Ich sage sogar zu allen, dass sie ihr Maul halten sollen, dass sie nicht immer sagen sollen, was deine Freundin macht und dass sie damit nichts zu tun hat. Und du machst das jetzt das zweite Mal? Das zweite Mal ziehst du jetzt meine Freundin damit rein, die mit der Sache nichts zu tun hast? Ja, Orange Morange ist ja mit Shaden zusammen. Bekannte deutsche Pornodarstellerin. Viele kennen die bestimmt aus den Videos von... Achso, Leute. Ich kenne die nicht. Shaden? Sollte man die kennen? Hast du deswegen von ihnen gefragt, ob ich dafür Werbung machen will? Von Bilecki oder Inscope. Und auch Orange Morange durfte sich wegen seiner Freundin schon viele dumme Sachen anhören. Und deshalb verstehe ich das nicht. Du weißt doch, wie kacke das ist, wenn Leute bei sowas persönlich werden und direkt auf deine Freundin gehen. Warum machst du das, wenn du das bei dir selber scheiße findest? Bei anderen genauso. Du warst doch schon mal in genau der gleichen Situation. Du weißt doch, wie sich das anfühlt. Das zum einen dazu. Und zum anderen, wenn man solche Sachen einfach so unterstellt. Ja, man denkt sich was aus und erzählt die einfach so ins Internet. So eine Unterstellung, egal auf welche Art, ist sehr einfach in die Welt zu setzen, aber nur ganz, ganz schwer wieder wegzubekommen. Ja, das Problem dabei ist, dass sich ja jeder alles einfach ausdenken kann. Ich meine, ich kann ja jetzt auch einfach behaupten, dass Julian Bam manchmal zum Frühstück kleine Kinder ist. Das ist aber true. Das habe ich gesehen. Spaß. Muss man ja auch erstmal widerlegen, ne? Kann ja sein. Klingt jetzt erstmal bescheuert. Aber bei so vielen Menschen da draußen kann es halt schon sein, dass es irgendwen gibt, der das glaubt. Und dann ist irgendwie immer diese Assoziation da. Ja, irgendwas war da, aber das stimmt ja nicht. Aber was wenn doch? Ich meine, einfach so behauptet man sowas doch nicht, oder? Und so sorgt man dafür, dass das Image langsam Risse bekommt. Und sich die Menschen draußen fragen, ob die Person wirklich so cool ist oder ob nicht doch irgendwas an diesen Gerüchten dran ist. Hm. Sehr eklig, wenn man nicht anders in der Lage ist, mit sowas vernünftig um... Vor allem, wie wir im Podcast auch schon gesagt haben, oder wie Alpha Kevin gesagt hat, so... Es ist sowieso komplett egal. So, angenommen, angenommen. Jetzt, ja, mach ich nicht. Ich trinke nur Alkohol. Davon ein bisschen zu viel, ne? Und hin und wieder mal... Und mit hin und wieder meine ich wirklich einmal alle paar Monate oder sowas. Mach ich gar nichts. Mach ich gar nichts. Mach ich gar nichts. Und auf jeden Fall nichts... Ich esse ein bisschen Oregano. So, ne? Kann man sich... Kann man... Kann man... Nein, das kann man sich nicht gönnen. Mach das nicht. Oregano ist ganz, ganz schlecht. Oregano als Gewürz würde ich euch nicht empfehlen. Nein, das ist for real das Dümmste, was du machen kannst. Aber trotzdem. Man muss ja auch ehrlich sein. Aber so alles andere hat mich nie interessiert. So nie im Leben. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich wieder abgekommen davon. Brokkoli. Ein Löffel Zimt. Ach, schauen wir mal weiter. Vielleicht fällt es mir wieder ein. ...zugehen und dann solche Aktionen bringt. Äh, aber gut. Was soll man auch von jemandem erwarten, der sowas sagt? Ja, Blöcke laufen, ne? Aber genau für solche Sachen gibt es auch den Tatbestand, der... Ah, genau. Das wollte ich sagen. Egal, ob ich das jetzt privat mache oder nicht. Wayne juckt's. Also, ReTalk. Wenn sich, wenn sich jetzt Klängern, wenn sich jetzt Klängern, alles wirkliche Zeug reinhauen würde und vor jedem Video 18 Tabletten schluckt oder so. Also, natürlich ist das halt nicht gut, ne? Und ich würde ihm sagen, du lieber Klängern, vielleicht sollst du das lassen. Aber, ähm, wenn er das nicht promotet oder so öffentlich so sagt, yo, ich mach das und deswegen, vielleicht, deswegen bin ich jetzt erfolgreich oder sonst was. By the way, Klängern, also nimmt, glaube ich, keine Art Drrgng. Also, nicht, dass ich wüsste. Ähm, aber selbst wenn er das machen würde, wäre es ja komplett egal. So, er kann ja machen, was er will. Privat, privat. Denn mit irgendwelchen Behauptungen kann man ganze Karrieren zerstören. Ganze Leben von Menschen. Denn Sachen können zwar nicht stimmen, aber wenn alle daran glauben, dann hast du trotzdem ein Problem. Packen wir also mal den Full-Alma-Modus aus und schauen einfach mal in unser tolles Gesetzbuch. Strafgesetzbuch, Paragraf 186. Üble Nachrede. Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtigt zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzubildert, gegen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und wenn die Tat öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreitung eines Inhalts begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also, wenn man will, dann kann man da schon gegen vorgehen. Ich meine, so ein bisschen Schadensersatz bekommt man vor Gericht bestimmt schon raus. Und ich habe in dieser Diskussion auch Kommentare gelesen mit, ach, die Allmanns, jetzt kommen sie hier mit ihrer Polizei und Gesetzen und so. Aber, bei den nächsten Aktien... Ja, überleg dir das mal, also überleg dir mal so, dass das über dich gemacht wird. Vor allem, was sollst du denn da machen, wenn du nicht dagegen vorgehst? Und dann weiß er, ah, okay, wenn ich so eine Aktion bringe, dann wird nicht dagegen vorgegangen. Das heißt, ich darf theoretisch in diesem Beef Gesetze brechen ohne Konsequenzen. So, natürlich musst du dann Konsequenzen setzen und musst sagen, yo, das ist zu weit gegangen. Wenn du das nochmal machst, dann wird es nochmal heftiger. Aktion kann ich komplett verstehen, wenn man genau diesen Weg geht. Denn OrangeMorange dachte sich, das reicht noch nicht. Und hat folgende Aktion im Stream gebracht. Ähm, ich würde gerne von euch ein bisschen Feedback bekommen und zwar... Und zwar möchte ich nach Berlin ziehen. Ich habe mir hier ein paar Wohnungen rausgesucht und es gibt hier eine sehr, sehr schöne Wohnung. Und ja, er hat da gerade Tanzverbots private Adresse veröffentlicht. Er zeigt mein Haus, meine Adresse. Kann ich jetzt auch drüber reden? Es ist ihm scheißegal. Wie kann man? Digga. Tanzverbot selber schreibt dazu, halten wir fest, OrangeMorange hat OnStream vor mehreren tausend Leuten meine Adresse gelegt und droht mir mit weiteren Veröffentlichungen aus dem privaten Umfeld. Zieht meine Freundin mit rein und behauptet öffentlich, dass wir beide Koks ziehen. Wo ist Schluss? Was für eine ekelhafte Aktion. Gerade als Person aus dem Internet sollte man wissen, was für eine absolute Arschloch-Aktion sowas ist. Ja, Tanzverbot hat sich schon Videos hochgeladen, in denen er sagt, yo, es stehen Leute vor meiner Tür. Es fahren Leute vorbei. RoseMatter, danke dir für den Sub. Es fahren Leute vorbei. Er ist jetzt angespannter, wenn er rausgeht und so. Ich verstehe es. Ganz ehrlich, also wenn mir sowas passieren würde, dann wäre ich auch nicht gerade happy so darüber. Schauerberg 8. Wäre ich auch nicht gerade happy darüber, offensichtlich. Ich werde aber auch richtig angepisst, wenn Leute vor meiner Ausdurch stehen würden und dann irgendwas von mir wollen. So wenn du irgendein, also wenn du, selbst wenn du ein Foto willst oder sowas, dann sage ich dir, verpiss dich. Weil das hat, also das geht halt gar nicht, dass du dann wirklich da vorkommst. Er hat auch gesagt, yo, es sind noch Leute rübergefahren. Und da haben einfach nur, also nachgesehen, ob es ihm gut geht oder so. Macht das auch nicht. Wenn ihr wisst, wo jemand wohnt, gerade in so einer Situation, wo du eh weißt, dass dann Leute hinfahren werden. Oder dass Leute, keine Ahnung, Pizzen ihn bestellen werden oder sonst was. Einfach in Ruhe lassen. So, das, es bringt nichts, außer ihn wirklich jetzt in Ruhe zu lassen. Und das am besten für sich selber einfach zu vergessen. Na, ihr braucht gar nicht wissen, wo der Typ wohnt, weil wozu auch. Was bringt es dir? Private Daten ins Internet zu veröffentlichen von anderen, gerade Wohnadressen. Ja, da reicht schon eine Person und du hast keine ruhige Minute mehr in deinem Leben. Wenn Leute vor deinem Haus campen, klingeln, Pizza bestellen. Wir wissen alle, wohin das führen kann, wenn Menschen dich in deinem eigenen Haus nicht mehr in Ruhe lassen. Und so eine Veröffentlichung ist nicht nur extrem kacke, sondern auch strafbar. Werfen wir also nochmal einen Blick in unser Lieblingsbuch. Das Strafgesetzbuch. Ja, tolles Buch. Ich bin großer Fan. Dort wurde nämlich extra 2021 ein Paragraf für Doxing eingeführt. Doxing ist das Veröffentlichen privater Informationen. Strafgesetzbuch Paragraf 126a. Gefährdnis verbreiten personenbezogener Daten. Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts personenbezogene Daten einer anderen Person in einer anderen Art und Weise verbreitet, die geeignet und nach den Umständen bestimmt ist, diese Person oder eine ihr nahestehende Person, der Gefahr eines Gegensäten, blablabla, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ja, der Punkt ist halt, Orange hat gedacht, er ist so der Ultra-Fivehead. Er macht jetzt den Ultra-Fivehead-Move und sagt einfach, naja, das ist irgendeine Adresse, das ist irgendein Haus, was ich mir anschaue zu kaufen. Und glaubt anscheinend so, das ist jetzt, also wie wahrscheinlich ist es, dass Orange Morage in dem Moment, wo er gerade Beef hat mit Tanzverbot, in seinem Stream sagt, ja, ich will mir jetzt dieses Haus oder diese Wohnung da anschauen, die sowieso viel zu günstig wäre für ihn, wenn er ja die ganze Zeit damit angibt, wie viel Geld er nicht verdient. Tobsen, danke dir für den Prime-Sub. Na, ja, also, da kannst du hundertprozentig dagegen vorgehen, was Tanzverbot ja auch machen wird. Er hat auch gemeint, er schickt jetzt seine Anwälte quasi auf ihn los und so. Gönne ich ihm, gönne ich ihm. Ich gönne Orange Morage fette Geldstrafen dafür. Ich gönne ihm, dass er zurückgeholt wird in die Realität, weil es ist nicht einfach nur so, wenn du auf fucking Malta oder Madeira oder sonst wo chillst, dass du dir alles erlauben kannst und dass du das Highlife lebst und dass dich das alles andere nicht interessiert. Nein, es gibt tatsächlich immer noch Grenzen und es werden tatsächlich immer noch Leute, so wie Tanzverbotsfreundinnen jetzt, die muss jetzt auch permanent Angst haben, wenn sie das Haus verlässt oder wenn sie, imagine, du hast Angst, nach Hause zu gehen, könntest, also wäre plausibel, dass du dir jetzt denkst so, yo, jetzt wissen, vor allem durch den ganzen, also ja, gut, durch so ein Video oder sowas werden das jetzt nicht noch mehr Menschen erfahren. Keine Ahnung, vielleicht, ja, paar Menschen mehr so, aber das weiß jetzt eh jeder. So, jeder weiß, okay, wenn ich möchte, dann kann ich jetzt die Adresse von Tanzverbot herausfinden und hinfahren und sonst was machen. So, da hätte ich auch, da hätte ich auch Schiss. Da würde ich, da würde ich nur noch mit, ähm, ja, Verstärkung das Haus verlassen, ne, oder nach Hause gehen. Wenn jetzt dieser konkrete Fall entschieden werden würde, das müssen Anwälte entscheiden, aber auch hier wären wieder Geldstrafen oder Gefängnis möglich. Und auch hier könnte man wohl mit Nachlage einiges an Schmerzensgeld raushauen. Wobei das wahrscheinlich nur ein kleiner Trost dafür ist, wenn du tagelang, wochenlang zu Hause belagert wirst, Leute bei dir klingeln, wenn du irgendwann umziehen musst, deswegen. Warum man so eine absolut geschissene Kackaktion bringt, keine Ahnung, so einen großen Vorteil hat man jetzt dadurch eigentlich nicht. Man steht jetzt nicht unbedingt bei dieser ganzen Diskussion als der große Gewinner da, der eher wie so ein Kind, was beim Monopoly-Spielen verliert und das ganze Brett einfach so umwirft. Orange, orange, sieht das natürlich anders. Ebenso weise ich den Vorwurf des Adress-Leaks von mir. Es war eine öffentliche Anzeige von ImmoScout oder so, hab mir lediglich eine Wohnung rausgesucht. Und es dürfen nur Leute kommentieren, denen Orange und Orange selber folgt. Ach, 170.000 Mal angezeigt und gerade mal 114 Likes. Ah, ist das nicht viel zu wenig? Ich kenne mir mit Twitter nicht aus. Ich habe eine Wohnung rausgesucht. Und es dürfen nur Leute kommentieren, denen Orange und Orange selber folgt. Ach so, ja klar. Was ein komischer Zufall aber auch, dass zufällig auch Kilian da wohnt. Mensch, ey. Ja, kann ja keiner ahnen. Das ist jetzt aber Mist. Ja, doof gelaufen. Jetzt ist es halt draußen im Internet, ne? Mann. Dabei wollte er Kevin doch nur nach einer Wohnung gucken in Berlin. Gerade eben. Nach der einen. Gibt ja so wenige in Berlin. Ist das mal eine Überschneidung. Ja, das wird der Richter bestimmt genauso sehen. Mein Gott, ey, was ist denn los? Früher haben YouTuber irgendwie Stress gehabt, dann Videos gegeneinander gemacht und sich am besten Fall noch irgendwie im Boxkampf auf die Schnauze gehauen. Aber solche ekligen persönlichen Aktionen bringen, den anderen diffamieren, irgendwelche Gerüchte verbreiten, die Freunde noch mit reinziehen, die Daten veröffentlichen. Wirklich ganz, ganz weirde Aktionen. Ich bin gespannt, wie das Ganze noch weitergeht. Ob Kilian sagt, ey, ich mache jetzt doch mal irgendwas dagegen. Heute gleich um 8 Uhr morgens Anwalt angeschrieben hat. Er hat mir gesagt, ey, gib mir bitte aus deiner Kanzlei den Besten, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und es ist mir scheißegal, wie viel das kostet. Das werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Wie ich da weiter gegen vorgehe, also im Detail möchte ich darüber nicht reden. Das wäre einfach nicht schlau. Ja, oder ob dieser Beef... Ja, nein, es ist absolut richtig. Gutes Video. Die vielleicht peinlichste Aktion, die es in den letzten Wochen und Monaten auf YouTube gegeben hat oder auf Twitch oder wie auch immer. Weil das ist halt wirklich, also das ist so mit ungefähr das unehrenhafteste, was du machen kannst. Der will, also der Orange Orange will, Willem Tasselot halt einfach nur offensichtlich... Sommione spendet 5 Euro auf entspannten Johannes. Danke dir für die 5 Euro Spende. Ich lese gleich vor. Willem offensichtlich einfach nur Schaden zufügen. Und das ist halt sehr, sehr schwach. Aber was erwartet man von dem? No? No?